Kürzlich wurden Carol und Michael Middleton, die stolzen Eltern der Prinzessin von Wales, auf einem Flughafen gesehen, wie sie sich auf ein Familienabenteuer vorbereiteten. Der Prinz und die Prinzessin von Wales brachten ihren Wunsch zum Ausdruck, im Jahr 2023 eine Pause von öffentlichen Verpflichtungen und königlichen Pflichten einzulegen, um schöne Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. In diesem Jahr wählte die königliche Familie die bezaubernde Insel Mystique in der Karibik als ihren Urlaubsort. Carol Middleton trug einen frischen und modischen Look und trug Pixie-Stiefel, eine lässige schwarze Jacke und stilvolle blauen Röhren-Jeans. Opa Michael kombinierte mühelos eine beige Hose mit einer schicken Sportjacke und trug jede Menge Gepäck dabei. Die Familie, darunter Prinzessin Katharine, William und ihre drei Kinder, stiegen in St. um, Lucia, bevor es nach Mystique geht. Die Familie Middleton, die für ihr gutes Benehmen bekannt ist, begab sich auf einen neunstündigen Flug mit British Airways und stieg später in ein Privatflugzeug um, um Mystique zu erreichen. Sie können den Komfort einer großzügigen Villa für 13.000 Pfund pro Woche genießen und die Schönheit und Exklusivität des Inselparadieses genießen. Während die kleinen Royals am Strand herumtollen, erinnert uns ihr unbeschwertes Lachen daran, dass sie trotz königlicher Pflichten eine liebevolle und hingebungsvolle Familie sind. Dick bietet mit seinen Naturwundern zahlreiche Aktivitäten für George, Charlotte und Louis, vom Bauen von Sandburgen bis hin zum Planschen in sanften Wellen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Eltern von Prinzessin Katharina mit ihren Kindern und Enkeln verreisen. Im Januar 2015 feierten sie mit der königlichen Familie Carols 60. Geburtstag auf der Insel. Die Entscheidung, den Urlaub mit Katharines Eltern zu verbringen, unterstreicht die enge und liebevolle Beziehung zwischen den Middletons und dem Prinzen und der Prinzessin von Wales. Carol und Michael Middleton spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des geschäftigen Lebens des königlichen Paares, indem sie Hilfe bei der Kinderbetreuung anbieten und ein Gefühl der Normalität bewahren. Ihr Engagement ermöglicht es William und Kessrin, ihre königlichen Pflichten mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Carols herzliche Beziehung zum Königspaar ist offensichtlich, da sie regelmäßig den Kensington Palace besucht, um bei häuslichen Pflichten zu helfen. Am Ende des Videos werden die Zuschauer aufgefordert, den Kanal zu abonnieren, um weitere Updates zu Prinzessin Katharine zu erhalten und ihrer Unterstützung zu zeigen. Die Urlaubsabenteuer der Familie Middleton sind eine Mischung aus königlicher Verantwortung und geschätzter Familienzeit.